Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Fahne hier auf dem Marsch. Ich hab's gepackt. Ja, es geht weiter. Wir bringen mal gleich einen Fuhren Hacknutzer zur Papierfabrik. Da ist nämlich die Position schon lange zum Anliegen gekommen. Ich möchte aber ganz gerne, dass es da weitergeht. Vor allen Dingen, weil ich später nachher Hacktisse brauchen werde für Papier. Zum Beispiel Molleckerei zum Beispiel wird irgendwann mal ein Zwei gehen, ist aktuell noch genug da. Dann brauche ich noch Papier für Cementfabrik. Ist auch noch genug da, aber irgendwann ist es soweit und dann habe ich hier nur 50.000. Das ist knapp. Deswegen mache ich hier mal kurz eine Anlieferung. Kleine. Also da eine liegt eine zum Beispiel. Ja, nebenbei wird noch Balm gepresst. Und die Rübenerleuchtung auf Feld 7. Und dann will ich heute bzw. in der morigen Folge die Rübenerleuchtung kaufen. Zwei neue. Denn die kommen auf dem großen Feld mit einem Rübenerleuchtung nicht klar. So, jetzt könnt ihr mal was zu tun. Jetzt könnt ihr weiterarbeiten. Und ich muss schauen, dass ich da demnächst wieder die Holzernte weitermachen. Ist ja halt so. Also die Holz, irgendwo muss ich Bäume fällen. Aber wie gesagt, aktuell frühestens im Winter. Die Preise sind überall mehr oder weniger im Keller. Außer für Klopapier. Aber da haben wir leider nichts mehr. Könnte ja mal gleich eine Ladung Mist. Dünger habe ich gefahren. Den stellen nochmal ab. Den nehmen wir dafür nicht. Da habe ich einen Anhänger ja. Oh, einen Anhänger. Grünknütze für die. Und da sind die Langeballen. Ist ja auf 1. Das ist ja nicht das Problem. Okay. Schlimmer wäre es, wenn man auf 3 oder 5 spielen würde. Oder auf 15. Da wäre es ein bisschen anders. Da wäre es aber auch vorher. Aber wie gesagt, alles zur gleichen Zeit. Das Art und Arbeit aus. Das wird im globalen Markt nicht aktiviert. Aber brauche ich auch nicht. Nö, brauche ich auch nicht. Gärreste. Pflügen. Pflügen. Ja, den nehmen wir her für später für. Für Wallen sammeln. Aber ganz kurz mal gucken hier, ob genügend. Mist. Mist, das jedenfalls alle. Kompass könnte man auch herbringen. Ja. Habe ich noch einen freien Traktor. Gärreste wäre nicht ganz schlimm. Ja, freien Traktor ist gut. Der die Last ziehen könnte. Der könnte das. Aber dann so ein Dünger streuen. Dünger streuen. Dünger streuen ist aktuell nicht völlig. Da können wir die Pflege bei von drauf lassen. Ich werde mal einfach die Gärrest holen von der BGH oder die Gülle. Ja. Na, wo Gülle ist auch Quatsch. Wir werden eine Gülle Ladung zum BGH bringen. Und später. Und später. Und später. Werde ich die Ersobrillhanger wegfahren. Klar. Wo war? Hast du hier? Ach. Kommt, was war gewesen. Oder ist. Äh. Ist. Mensch, das ist schwierig. Dieselpabrik. Da können wir mit den Anhänger fahren. Ist okay. Da ist ja im Grunde verrottete Erde, kann man sagen. Grunde aus allen möglichen Pflanzen. Erst in dem Fall ist es Raps. Äh. So Art. Ich meine, das wäre eher so ein Fall für Rapschrot. Ne? Also für Futter für die Tiere. Weil der an sich besser ist wie Kompass. Also Kompass würde man aus Rapsschrot, ich glaube, eher nicht machen. Also. Oh, ich weiß nicht genau. Früher haben wir uns immer Rapsschrot gehabt. Gut. Die Kühe haben das nicht gemocht, weil das zu bitter schmeckte. Das haben die gemischt mit den normalen Schrot. Ne? Von Getreide. Der schrotes Prinzip. Äh. Grob zermahlenes Korn. Also grob. Also richtig grobkornig. Ne? Das können dann die Tiere besser aufnehmen. Also Schweine und so. Die haben das, äh. Ja, nur bekommen kann man sagen. Oder fast nur. Äh. Säckeweise kann man sagen, ne? Nicht am Tag, aber so. Ha. Eine Woche. Ha. Für uns hatten wir zu Hause, äh. Äh. Ölschweine. Bis zu Ölschweine nebenbei. Und. Geh weg. Jede Woche kann es sagen. Einen Zentner. Also 50 Kilogramm Sack. Schrot. Äh. Hühner auch so 50 Kilo ungefähr, ne? Also. Ja. Das war so ein Nebenerwerb, ne? Hat sich auch gelohnt. Das wurde staatlich mehr oder weniger gefördert, ne? Aber wie gesagt, jeder konnte das nicht kaufen, ne? Äh. Beziehungsweise war nicht berechtigt dazu, ne? Äh. Also LPG-Mitglieder haben sie gekriegt. Also von LPG direkt, ne? Das hat die LPG auch alles gemacht. Äh. Also angeliefert und so, ne? Muss man jetzt nicht mit dem Auto hinfahren und sagt, hier. Laden wir den Sack ein? Nö, das war so nicht. Das war... Service für alle, kann man sagen, ne? Einmal die Woche haben die dort ausgefahren. Äh. Was halt bestellt wurde. Also das war früher anders. Also das... Also die Genossenschaft war für ihre Mitglieder alles da. Ja. Also die haben es alles gemacht. Ich werde nicht alles reinkriegen in der Bauerei. Äh. In der... Aber... Was haben wir hier? Diesel ist... Raps haben wir noch 15.000 drin. Diesel war ganz gut. Lohnt sich sogar. Dann können wir einmal Diesel zur Kieser rückfahren. Sicherlich. Mal schauen, vielleicht verkaufen wir mal einen Funk. Durchdrehende Reifen. Mal Kontrolle machen, ne? Wo haben wir eine Maus außerhalb, ne? Habe ich gerade gesehen. Hier. Wieso willst du da oben rauf fahren? Das geht da sowieso nicht. Ja. Den nehmen die alles mit. Das ist immer ein bisschen blöd. Aber ist leider so. Dann ist er jetzt hier so, dass sind diese blöden Parallelspuren, ne? Mal aufpassen hier. Ja. Hier muss gedüngt werden und gekalbt. Aber... Das können wir auch im Winter machen, sonst muss man nicht, wenn es geht, ne? Abgeerntet Lehm, Wohlprobleme. zeit unkaut unkaut ist das nicht so tragisch ja jetzt kommt der frühling aber es gibt noch mal ganz kurz im winter groß nächsten tage sollte mal schnee fallen gehen wir kurz dabei bleiben da sind sie leider nicht in der lage das zu erkennen also dass da ballen stehen ich meine gut die fahnden ihren stuhl ihren kurs an ich gehe jetzt vom kursbläse modus ballen sammeln ich habe mich damit auch nicht befasst muss ich mal schauen ob das auch alleine funktioniert jetzt läuft mal hier soweit alles denn wo war ich stehen geblieben diesel ich wollte den diesel den den kompass jetzt zur produktion von dünger hinbringen ich werde jetzt persönlich nicht jetzt das verstreuen als dünger auf dem feld da musst du irgendwas geändert werden mit dem beschäftige mich gar nicht erst da stehe ich doch lieber dünger her und dann ist für mich leichter so eine änderung in der karte und überhaupt irgendwo und das ist für mich ein bisschen übung sache und er geht jetzt noch nicht hin und auch schlacht nicht hin wegen ein bisschen dünger fahren das lohnt sich jetzt nicht gut aussehen mal drauf gemacht 108 tonnen deswegen also ja das ist nicht schlecht ja dann ist noch ballen ok ja hier werde ich dings her bringen die na gut der kommt diesel rein falls ich auch mal fahre mal was brauche auf geht es ja ich muss ja nur anstellen ich bin noch nicht dazu gekommen das machen wir alles im winter dann haben wir eine zeit ich hoffe den schweigen geht es gut ich denke mal schon ja mit diesem anderen mod wäre es probleme gewesen also ja egal ich habe es erstmal rausgenommen das funktioniert nicht die ganz oder es sind zu viele einsteckungen das ist halt so das ist hier wie soll ich sagen das ist hier noch nicht vorgesehen kann man sagen also von der von der kultur her vom programm und so das ist halt so ja die malzabrik hat eigentlich auch ein bisschen getreide vertragen aber wie gesagt das ist alles bei der zeit so den traktor immer jetzt doch wegnehmen aber der ist noch nicht voll also da wäre noch nicht kein platz für alles pflegebereich normalerweise nicht aber ich wollte wegen einmal fahren nix ändern ich wollte die anderen losschicken mit der milch ne aber das habe ich auch nicht machen wir gleich wo ist überhaupt wisst ihr wenn wir gerade in der ecke sind können wir mal gucken wasser da wir gucken ja was auch drinnen wenn der fahrer hier vorne steht da kann man gleich los schicken also wenn nicht wollen wir suchen so für mich da wo sie mich mich fahrer bist du ich habe mir zwar vor man durch geklickt aber ich kann nicht sagen wo er steht gut gewesen ihr klickt mal durch entschuldigung ich habe meine bäume wollen auch nicht wachsen aber ich bin da gute dinge wird schon wachsen hier kann man ausschicken achso ja gut das machen wir später Da ist er doch. Wo steht er überhaupt? Planen kalt. Ach ja je. Da wird ja nix. Milchkuhstan. Ja, das ist Mist. Das wird auch nix. Ich muss halt mal wissen, ich wollte schon immer mal sortieren, aber... Jo, aber drückt das, das ist nicht gut. Das wird eben runter oder was? Das ist typisch. Da steht mein Tatra am Wege. Ich glaube, der kann sogar bei uns an. Oder? Aber noch brauchen wir keiner hier. So. Mhm. Guter Klappwächst, ne? Also... Guck mal rein, was wir schon hergefahren haben. Bestimmt etliches, ne? So ein Feld geht ja viel runter. Rühm ist ein Viertel voll. Genau. Socker. Rühm ist dann lohnt sich nicht, das ist nur ein Prozent. Den brauchen wir nicht losschicken. So. Okay. Dann. Hof. Aber die Mähfahren ist wichtig. Die Mähfahren ist ganz wichtig, dass die Milch verarbeitet wird, ne? Ich habe noch ein bisschen Milch im globalen Markt eingelagert oder verkauft in Thüringen. Dadurch, dass ich den globalen Markt nicht aktiviert habe. Ich kann jetzt mal nicht rauskaufen, aber die wäre halt vorhanden, ne? So, liebe Schauer, das seid mal heute mal schon mal. Tschüss. Ciao. Werde gerade geblendet von der Sonne. Schön. Nicht schön fürs Spiel. Aber ist halt so. Tschüss. Ciao. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Tschüss.